hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part von nes remix der gefangen an mit exite bike erreicht ist hier ohne sturz das ist schon sehr viel verlangt hier sehr gut so geschafft eigentlich da muss ich schon ein bisschen komplizieren das ziel ohne sturz aber jetzt denke ich mal auch ein sturz oder weil sie nicht weil sie nicht freunde ist immer nur erreicht ohne sturz der exite bike wird es noch richtig quälen weiß es nicht weiß nicht was da uns erwarten wird auf jeden fall bestimmt sehr schlimm ist sowie exite bike so wie ich exite bike liebe ja sehr liebe ich weiß nicht mal so schlimm eigentlich wenn ich sein cooles spiel und wir haben drei sterne ja 110 das level 18 von remix 1 freigespielt sollten mehr remix zu machen das genug bits für einen neuen stempel gesamt wenn ihr mies wie west beiträgen wir sollten mal mehr remix machen das achte in level von exite bike war auch noch da hätten wir noch so lange schlage die drittbeste zeit das ist 1 24 das soll man auch schaffen ist eine ganze runde denke ich mal okay es geht mal hin denke ich mal da du scheiß sturz da ist ein scheiß sturz wir sollten nicht auf die fresse fliegen du nigger hör auf mich zu schubsen ich weiß nicht ob ich das noch überhaupt hin kriege wir haben nur ein leben jetzt hätte sich auch gar nicht gelohnt zwei leben zu machen also ich muss zugeben so ein opfer lab 1 hä wieviel muss ich denn schaffen bitte sind es drei labs oder oh man da kriegst ja niemals hin jetzt leckt bisschen sorry dafür dass es geleckt hat oh man oh man oh ist das mies ey ok komm klick mal hin oder go 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 ich dürfe nicht mehr auf die fresse fliegen ey was ist denn das bitte für die verbietung ey das ist normal ich darf doch nur auf die fresse fliegen ach so wir müssen jetzt mal zwei runden machen zwei der next track haben wir es geschafft zu ihr hä geschafft oder ja wir haben es doch mit drei richtigen stellen geschafft what the fuck obwohl es richtig schlecht war von mir naja der gox hat beigesetzt so schwierig wie wir es immer gedacht haben machen wir noch donkey kong junior donkey kong haben wir zum Glück fertig machen wir auch noch donkey kong junior fertig dann haben wir die donkey kong dinger fertig die drei gegner mit früchten ok sehr gut wir haben nur drei früchte also da muss man schon richtig sparen sein ja geil ja so durch glück habe ich jetzt noch einen gegner mit dem getroffen das ist nicht geschafft ok nochmal wir haben drei leben sehr gut vielleicht mit glück noch passieren nein Ich habe es noch nicht mehr geschafft. Es gibt doch nur zwei Früchte. Aber dann kann man... Ah, vielleicht kann man sogar zwei Gegner auf einmal treffen, oder? I don't know. Ich denke mal, das kriegt man nie hin. Oh, das muss ja so time in, eh. Oh, 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 oh. Wenigstens ein Gegner. Komm, wir machen drei Gegner, komm. Kriegt man ihn jetzt. Komm schon, go, 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 go. Sehr gut. Yeah, yeah, nochmal. Auf die harte Tour. Okay, wann kommt jetzt ein Gegner? Nein. Oh, Mann. Oh, so miesig. Und, und? Oh, das war so knapp. Wir hätten es ja geschafft. Nein, ich continue. Ich weiß ja nicht mal, ob das... Das Ding zählt, ob es als zwei Sterne zählt, wenn wir es jetzt schaffen. Weil, eigentlich ist es ja nur eine Challenge, die man machen muss. Oh, nee. Komm, bring dich um. Leck mich. Fick dich. Scheiß, Donkey Kong Junior. Du kannst mir am Sack lutschen. Drecks, Junior. Komm, ey. Donkey Kong Junior war so ein Spiel, das ich niemals gehört habe eigentlich. Das ist jetzt später, was davon gehört. Und no. Buddy, no. It's the trouble light to see. Aber piss dich. Oh, du war. Hallo, meine Freunde. Oh. Mann. Mann, oh, Mann. Komm, wir machen End. Wir machen die Challenge trotzdem noch. Weiß ja nicht, dass wir jetzt überspringen. Komm. 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 Bis die Getreidek damit früchten ist, kriegt man ihn. Oh, go. Komm on. Oh, come on. Bam. Geh doch weg. So. So, what? You have me, Walter, checking five, äh, checking boys. Ich bin kein Engländer, aber ich spreche. Englisch. Ja. Woll. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Drei Gegner. Und hoffentlich in der Zeit. Ja, baby. Donkey Kong Junior ist zu Ende gleich. Da, 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 da. Also, Legends of Zelda wollen wir auch noch anfangen. Also, keine Sorge. Wir machen aber, denke ich mal, die Donkey Kong Junior noch zu Ende. Red Donkey Kong. Okay. Ah, das war ja so. Genau. Aber das war ja so verpackt. Schaut euch mal an, die wachsen hier. Da ist kein Seil. Okay. Okay. Das ist, glaube ich, saulang. Okay. Go. Ich glaube, das muss man noch schneller hinbekommen. Ich denke mal, das ist nicht so wirklich gemacht, aber ich verstehe das auch gar nicht, wie man es anders machen sollte. Ich denke mal, das war so gemacht, dass man es so gleichzeitig machen muss. Ah! Das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Komm, das machen wir jetzt gleichzeitig. Das können wir jetzt gleichzeitig machen, oder? Wow. Das ist sogar noch schneller. Ich meine, das wusste ich ja gar nicht mal. Das ist aber gefährlich mit diesen Dingern hier. Und auf die sollte man schon aufpassen. Wow. Komm. Nee! Du fetter Vogel! Ich denke mal, ich mache diesen erstmal zuerst. Dann können wir die Zweier machen. Und dann können wir das letzte hier machen. Ich denke mal, das ist sau. Sau logisch so gemacht. Ich denke mal, so ist das auch gemacht worden eigentlich. Sau. Komm, was pisst euch? Sehr gut. Und jetzt zwei auf einmal. Yeah! Auf einen Streich. So. So. Jetzt geht es endlich ab. Jetzt spielen wir richtig gescheit. Oh, knapp. Komm, noch einer. Den kriege ich noch hin. Go, 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 go. Hab, piss ich, du Vogel. Boah. Der ist ja sau langsam nach oben, ey. Komm, go, go, go. Er hat es geschafft, oder? Du, 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 du. Lol, der Mario fliegt da voll um, ey. Der kann den auch tragen, dieser Donkey Jr., ey. Ich will gar nicht wissen, was er für Superkräfte hat. Und ich denke mal, zwei Sterne sind ganz okay. Besser werde ich es nicht hinkriegen. Oh ja. Das passt eigentlich. Ich denke mal, das ist normal. So, Mario Boss. Wir machen Legend of Zelda, hopp. Wir schauen mal das Tutorial-Video an. Komm. Yeah. Lol. Da kann man ein Schwert herschmeißen, bei Legend of Zelda. Kann man auch was anderes mit B machen? Ich glaube, das Legend of Zelda war ja nicht mal so schwierig, ne? Das Erste. Soweit ich weiß. Lol. Wieso hat man ein... Hä? Ich kapier's nicht. Ich will mal die Aufgabe wissen. Nimm das Schwert an dich. Dö, 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 dö. It's dangerous to go alone. Take this. Yeah. Okay. Wir sind alle Gegner, okay. Das ist wenigstens so eine Challenge, die ich mag. Dö, 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 dö. So was ist eigentlich nicht mal so schwierig. Fölle deine Energie wieder auf. Das weiß ich auch, dass man das mit dem P aufmachen kann. Ich kaufe ein Item. So, weil ich weiß, kann man das hier machen? Buy something will ja. Ich will den Schild. Gut. Okay. Betritt den Dungeon. Ah, hier ist der Dungeon. Ist das der Dungeon? Das ist der Dungeon, glaube ich. Ich habe nicht so viel Ahnung mit Zelda, aber... Ich denke mal, der Legend of Zelda wird auf jeden Fall mal folgen. Auch wenn ich mich dumm anstellen werde. Also ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber freut dich echt drauf, also. Das wird schon spannend. Komm, wir machen auch mal mehr Legend of Zelda, damit ich... das hier auch machen kann. Ja, jetzt habe ich ein Projekt, ne? Meine Freude. So. Nimm den Schlüssel an dich. Wo ist denn der? Ich glaube, den muss man alle besiegen, oder? Oder war hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel... Ah, der Schlüssel hat der Typ, ne? Genau. Der hatte den Schlüssel. Nimm die Gegner den Schlüssel ab, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Sehr gut. Wir müssen nur alle besiegen. So, was musst du hier machen? Nimm dich nicht mehr, ohne Schaden zu nehmen, okay? Okay, das ist ein Arschlöcher. Das ist ein paar so einfach. So, Leute, das ist nicht einfach. Das ist dann einfach. Oh yeah, baby. Du, 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 du. Legend of Zelda. Badadadam. 124 Sternen. 10.000 aber schon. Ich habe schon wieder einen Stempel bekommen. Kein Sticker, ein Stempel. So, das nächste ist das hier. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Sammeln Rubine und Kaufmann ein. Ein Item. Okay, wir brauchen fünf Rubine. Die Musik. Ist der Burner. Verpistet du Arsch. Ich weiß, wo es Rubine gibt. Wo ist hier ein scheiß Rubin? Ja, ich brauche ein scheiß Rubin. War nicht für dich im Dungeon. Verpiss nicht mal. Du Arschloch. Okay, das ist ein Rubin. Nee, das ist eine Bombe. Da ist ein Rubin. Yeah. Komm in die Runden. Da, 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 da. Was ist das für ein Arschloch? Der interessiert uns, glaube ich mal. Denke ich jetzt nicht. Okay, wohin müssen wir denn lang? Äh, ja. Was ist das für Viecher? Ich will ein Rubin von euch. Verpisst euch. Ja, schlächerlich. Habe ich diese scheiß Rubin? Du Nigger, hör auf. Mich zu schlagen. Du verpisst dich. Aus meiner Sicht. Weite. Du Arschloch. Oh yeah, genau. Leg mich am Arsch. Okay. Okay, das ist einfach. Mach ich mich nicht aus, keine Mitte. Ich weiß, wo man Rubine hier bekommt. Also, ich mach mich Feld gefasst. Ich werde mich in Zelda, glaube ich, mal schlecht anstellen. Du du. Da, da, da. Die Musik ist aber immer noch geil. Und ich hab nur ein scheiß Herz. Oh, nee. Der ist nicht mehr gestorben. Ich brauch ein Item. Oh man, ich brauch scheiß fünf Herzen. Scheiß, fünf Rubin. Du Arschloch, gib mir. Doch, ein Item. Eine Rubin. Ich glaub, bei Legend of Zelda gab's da nicht mal so viele Dinger, ne? Hier gab's ein Schwert. Okay. Da muss man aufpassen, wo wir lang gehen. Oh, du. Ohne Firma, so gut kommt. Tut mir leid, dass ich mich jetzt so auskennen. Okay, Mama kann mit oben. Oder mit diesem X-Ding, oder wie das heißt. Okay, hier geht's mal so viel Rubine. Oh, hier geht's mal sehr viel Rubine, ey. Stirb, du Fetzer. Verpiss dich, du Spinde, du Arschgesicht. Und jetzt gehen wir uns, gehen dorthin. Komm. So, nach oben denk ich mal, warst du da? Und dann nochmal links. Glaub ich, der Item laden. Hier muss man sich schon sehr vieles merken. Na genau, hier. So, yeah. Buy something, will ya? Komm. Das will ich. Sehr gut. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Als Zelda-Anfänger. Ich hab noch nie ein Zelda durchgespielt, also. Von daher. So, wir machen noch ein Zelda, weil das eigentlich cool ist. Das ist mal cool. Das ist sehr cool. Ich mag das Spiel. Ich weiß, ich mag das Spiel, ja. Aber ich hab's noch nie geschafft. Öffne die Tür. Ah, hier ist die Tür, glaub ich, oder? Ne, hier, diese Tür. Ach so, ich brauch eine scheiß Bombe irgendwoher. Ne, warte mal. Hat auch mit diesem Ding was zu tun, oder? Genau. Springen wir deine Bombe. Okay. Das hätte ich mir auch jetzt gedacht. Okay. Ich steige die Treppe hinunter. Verpasst euch. Okay. Was, welche? Oh, das ist verschiebbar. Okay. Das ist schon ein bisschen tricky hier. Das sind, glaub ich, die Spielplätze von Zelda, oder? Du hast Wrecking Crew freigespielt. Was ist denn das, bitte? Ich weiß es nicht. Du, 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 du. So, auf jeden Fall. Sehr vieles. Elf-Level gibt's hier. Und ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich kenn mich damit nicht aus. Und wir machen noch ein Summer-Weiboss-Level. Go. Was ist das denn, bitte? Ich steige die Gegner aus, bevor die Zeit abläuft. Oh, 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 oh. Okay, das steht schon als ausschalten, okay. Komm, verpest dich, du Arsch. Okay. Das ist mal schwer. Okay, der, 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 zwei Leben. Nein. LOL. Hahaha. Geil. Ich verliere gegen den Arsch. Hä? Ah. Das war so ein scheiß Level. Genau. Da erinnere ich mich noch. Okay. Ich hatte gegnaut mit... Oh, das ist mies. LOL. Nee. Nee, nochmal neu. Das war so peinlich, ey. Komm, nochmal, nee. Das mach mal. Komm. So Mario Borders, da. Schreit der Gegner aus, bevor die Zeit abläuft. Okay, das ist mit dem Gamepad ein bisschen... komisch, weil ich spiele ja nicht normalerweise mit dem Wii-Controller oder mit ganz normalen Gamecube-Controller. Wie ihr wisst. Okay, das wisst ihr ja nicht, gar nicht. Schreit der Gegner aus, bevor die Zeit... Okay, das ist ein Beinchen. Oh, nee. Sehr gut. Warte, das ist so mies, das ist so miesig. Okay, perfekt. Jawohl. Hoffentlich aber die drei. Ja, wir haben die drei Sterne bekommen. Aber wir machen noch eins, weil es so schön war. Oh, wir haben eine Erbse bekommen. Noch ein Mario-Boss, weil es so geil war. Okay, eine Ranke. Ranke war, glaube ich, hier, oder? Genau. Muss man da draufklettern? Okay, das weiß ich gar nicht mehr. War hier eine scheiß Ranke. Oh, mies ey. Wusste ich gar nicht, dass da eine Ranke war. Hä? Komm mal her. Assi. Wieso springt das so hoch? Dieser Arschloch, Alter. Das ist so ein perfekter Kleb da. Deck ich da hüpft so hoch. Komm, nochmal. Oh, Mann. Go, 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 go. Ich weiß ja, wo die scheiß Ranke sind, aber das ist so mies, ey. Boah. Ich weiß, wo die scheiß Ranke ist. Oh, das ist so mies, ey. Oh, wir haben es geschafft gehabt. Aber pisse ich nochmal. Oh, yeah. So geht das. Okay, die letzte ist. Wo ist denn die? Oh, shit. Kommt, war hier. Wo war die? Ah, die war hier genau. Ich erinnere mich. Okay, jetzt was da noch so drauf geklettert hat. Weiß ich, was geworden wäre. Ich denk mal, nichts, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar verpackt gewesen, dann. Weiß ich nicht. Wer ist auch leider nicht auch, muss finden, meine Freunde. Weil dieser Part zu Ende ist, yeah. Wir haben endlich Donkey Kong geschafft, Donkey Kong Jr. auch noch. Und das Bike ist auch im nächsten Part, denke ich mal, zu Ende. Balloon Fight haben wir auch noch das gemacht. Balloon Fight ist noch sehr viel. Weck'n Crew ist auch so viel. Machen wir im nächsten Part Weck'n Crew. Und wir sind noch Legends of Zelda. Haut rein, Leute. Ciao.